Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TTT hier in Lego, äh, City, whatever. Mit Mr. Sick, Sick, Rick, ICC, Akut, Pokogotsch und dem guten Kami. Grüß euch hier die... Hallo. Moin. Hallo. Wir machen jetzt mal hier in auf Lego-Style. Coole Map irgendwie. In Lego ja auch toll. Auf jeden Fall. Scheiß. Lego ist mal irgendwie nie zu alt, hab ich das Gefühl. Oh, ein Hubschrauber. Wo? Hubschrauber. 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 Kommt das denn her? Was war denn das? Irgendwas hat hier geknallt. Wo? Ähm, gefühlt mäßig rechts hinten. Ja, das ist gut, ne? Also aus meiner Position aus rechts hinten. Hat CC noch da? Ja, der ist mir grad entgegengelaufen. Der ist mir bei mir, ja. Der ist mir grad entgegengelaufen. Hubschrauber. Ever. Fuck. Ja, ich bin grad in die Ecke reingelaufen. Irgendjemand hat mich angeschossen. Hubschrauber. Geil. Egal. Der stand hinter mir. Oh, hier schießt einer, hier schießt einer. Ich hab ACC erledigt. Warum? Warte. Weil er Traitor war. Ja. Mr. Sick. Alter, ACC, du kannst doch nicht einfach so loslegen. Der ist schon wieder aggressiv. Warum hat der Poker gesagt, du bist jetzt abgeknallt? ACC und Mr. Sick. Ich hab grad 1.000. Mr. Sick kommt hinter dir. Okay. Ich hab mich auch geknallt. Das hat doch geklappt. Alter. Ah ne, der Poker-Kotter hat auch einmal Innocenten gekillt. Minus 8 hat der Poker. Warum? Na, weil er einen Innocenten gekillt hat. Warum macht der das denn? Warum macht der das denn? Ich... Ich... Alter, die Räume auf einmal. Ich dachte mir so, Alter, ACC, warum jetzt? Ach, ne. Nice. Ja, ich hatte halt auf Poker geschossen. Ich dachte irgendwie dann, Sick, meinte ich wär das gewesen. Und dann dachte ich, ha, komm hier. Ja, ich hab die Kugel fliegen sehen. Ich bin direkt hinter dir her gelaufen. Ja. Dann hab ich gedacht, komm, irgendwie versuchen 1, 2 mitzunehmen. Boah, die anfangen zu schießen. Wir sagen eigentlich auch, wie das mal so ents película für dich ... Ey, ich bist dein Mikrofon knarzt. Das Knarzt... Das�larzt... Das Knarzt. Das Mikrofon knarzt. So... Wer ist denn das hier? Wer ist denn das? Die Hörer. Der Detlef. Der Detlef. Ich bin der Siggy desost. Der Poker, der stand gerade rum. Achso, der hat sein Mikro gerade gemacht. Rik rennt, Rik springt, Rik springt, Rik springt, Rik springt, Rik springt, Rik springt, Rik springt. Du kannst mich gar nicht sehen. Rik springt hinten rum. Das war ACC. Hier schießt einer. ACC schießt. Und das akut. Nene, nene. Poker. Ich hasse das an. Wo? Warte, 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 warte. Poker hat geschossen. Warte, ich konfirme. Ok, war innocent. Fexor, was? Fexor, du hast geschossen? Ja. Dann bist du's oder was? Warum hast du auf Poker geschossen? Ich wurde, auf mich wurde geschossen, so rum. Keiner weit und breit. Fexor, du bist hurt. Poker ist gestorben. Was? Na klar bin ich hurt. Ich hab dir gerade erzählt, er hat auf mich geschossen, deswegen hab ich zurückgeschossen. Aber er ist ja innocent. Naja, der weiß ich, vielleicht dachte er auch, ich bin Traitor. ACC hat Fexor gemacht. Confirmen, bitte. Kami ist es. Fck. Fack. Hast du auch zu selben Problem, Kami? Die stehen? Wuhuu. Was ist da los? Weg zum K... Ich hätte auch mein Pipi irgendein. Ach, geil. Ich hab ja gejuckt. Ich trottel nicht, aber auch wieder den zuerst, der mit dem Rücken zu mir steht, so. Hast du mich getötet gerade, oder was? Ja. Time for preparing. You're a dick. Okay. Okay. Wird gemacht. Oh, wo geht's denn noch hin? Ja, es ist noch Preparing-Phase. Alter, das hängt bei mir irgendwie. Die Zeit, oder was? Das Preparing steht bei Null. Ja, ja. Jetzt noch fünf Sekunden, ne? Schwieriggedreckt. Ist noch Early Access, weißt du? Okay. Ja. Ganz neu. Was gibt's denn hier noch für unirnische Tunnel, Mann? Ja, ne? Die hab ich auch das letzte Mal noch entdeckt. Oh, hier geht's. Zuckt eigentlich von euch ja mein Fallout 4 jetzt gerade, aktuell? Was für ein Ding? Fallout 4. Ich hab's aber erst ne Stunde gefehlt. Echt? Echt? Wie kann man das ja erst ne Stunde gespielt haben, ey? Ach da. Ey, du bist einer von den Prozenten, das gibt's doch gar nicht. Hast du ein Pidcast schon gehört, Sig? Ja, natürlich. Und das ist einer von diesen Prozent? Das ist einer von diesen 15 Prozent, ja. Das ist ja krass. Ich dachte, sowas gibt's gar nicht. Ja. Das ist nicht genau so. Kami! Was ist? Aha. Ey, läuft's doch. Ja? Das Mal kannst du mich nicht von hinten erschießen. Das wär geil, wenn das noch Sale wär. Macht mir Angst, komm weg! Hilfe! Halt verfolgt! Von? Von wem? Von ACC! Okay. Ich pass nicht. Kami, meinst du, der ist es? Ich, ich weiß nicht. Erschieß mich doch, Katze. Nee, da krieg ich ja wieder Minuspunkte. Ja, deswegen. Mach mal Minuspunkte. Aha. Mein Pippi juckt auch so ein bisschen wieder dabei, ne? Ja, ich, ne? Aber Mr. Sig ist auch... Hier, 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 kommt Friendly. Da kommt Friendly, äh, hier, ne? Pexor ist dabei gestorben. Alter Finne. Ich geh' tropfen, schnapp's besoffen. Okay. Fuck! Der Kami! Der war's nicht wahr. Nee. Der war's nicht wahr. Der Kami! Der Kami! Ey, ich, ich wundere mich, warum ich davon nicht gestorben bin. Weil ich stand eigentlich direkt drin. Ja, ich wundere mich auch. Ja, ich wundere mich auch. Achso, der, der Friendly Beam, meinst du? Ja, ja. Äh, keine Ahnung. Ey, Sig hat die, ich hätte die doch eigentlich noch fast getötet, ey. Ja, ich hatte auch noch 8. Mann, ey. So gut wie down. Da geht er down, geht er down. Get down, get down. Get down, get down. Get moving all around. Oh Gott. Sollte mal ne Boyband aufmachen. Ich glaub, wir wären ganz erfolgreich. Auf jeden Fall. Ich bin so fett für das Schlafzimmer. Okay. Kriegst du, steht rum? Ja, ich bin grad im Traitor-Menü. Wie das sich gleich umzete. Ja, normal. Ohhhhh. Kami wieder. Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Ne, Kami hat geschossen. Ich hab überhaupt... What? Kamil ist umgefallen. Bitte? What? Der ist tot. Hast du den erschossen, Rick? Nein! Alter, echt? Ohne Mist. Ich hab ne Schrotzelhändel in der Hand. Ähm, er wurde erschossen mit ner... Mr. Sick und Sex. Ja, du kannst ja auch nicht nur eine Runde tragen, oder? Mit ner was? Mit was? Uzi. Na, Uzi? Zumindest das Bild sieht so aus. ACC ist auch hört. ACC ist auch hört. Äh, ich war schon wieder auf dabei. Alter, was ist denn hier los? Alter, was habt ihr denn hier? Sonst wurde das Menü nie benutzt. Jetzt geht's hier rund. Mein Gott. Loaaaaaah. Uff. What? Hehehe, oh, loo... Yes! Geht doch. Sie. Ähm... Rick, du Pfeife! Nein, ich... Ich war's nicht. Ich hab ne Schrotflinder in der Hand. Ich war's wirklich nicht. Ich war's wirklich nicht. Ich war's wirklich nicht. Da unten. War ziemlich cool. Schießt da. Aha. Uah! Oh! 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 Da ist der Kahn. Mal bisschen blicken. ich war mir nicht sicher nicht disco disco polo pogo schon wieder alter irgendwas hat mich extrem geerhittet ja ja weil ich getroffen worden ist ich bin also ich bin hier schon die map ein so wenn du so anbringst bist du auf jeden fall ja ich hab mich hier im untergrund voller faxer ist bei mir rick ist bei mir ja poker kommt auf mich doch zu der klinik an der falle ich die jungen du fixer bist du es was traiter ne welche fahrer war das hat ein kreuz das ist lina gelb oder auch blau wie war mir bist du es grün ACC ist es kommt es nicht und du rick wieder nee ich hab mich unten verlaufen ich konnte gar nix machen verlaufen hier geht's nen tunnel durch nein komm mit ich zeig dir wie verwinkelt das hier ist leck mich am arsch er denkt ich bin traitor und kommt mit mir im verwinkelten keller ich habe aber die wache durchgerichtet und steh hinter dir von daher du bist bestimmt traitor guck hier wie viel gänge es hier gibt ja das stimmt schon und dann läufst du immer irgendwo in der sackgasse hier und dann geht es hier ist es stock finster da musst du erst mal licht an machen und dann siehst du da geht es gar nicht weiter ja ja ich vertraue jetzt niemanden ich habe schon kommentare bekommen weil ich zu gutgläubig bin ja was sind kommentare mussten wir auf unseren kanal gucken gab es schon mal ein kommentar weil ich zu gutgläubig war was machst du wenn ich jetzt erschieße felix der kommentar war von mir ja der weiß ja wo wir waren das ganze was machst du wenn ich dich jetzt erschieße also jetzt bin ich jetzt kannst du ja schon mal zu ihr schein ich bin es nicht wieso hab dich nicht mit erschossen ich hätte ja mit auf dich ballern können da guckt noch der poker um der ecke warum steht denn der da kopf der bombe platziert die sauf kann ich hier wie hoch gehen lassen ich schieße auf die bombe mit drauf c4 passiert nichts press e2 achtung granate granate warte ich habe ein bisschen angst noch vor dir gerade na komm na komm na komm musst du mal schön was sagen fixer damit ich weiß dass du noch lebst ja ja ich ziehe gerade auf ihn der steht hier um die ecke kommt aber mal reingeguckt kann aber sein dass der jetzt von hinten hier kommt geh mal auf die andere ecke er hat schon wieder eingekauft dieser das ding ist wir müssen einfach nur überleben mhm ich hab noch sehr langweilig 44 HP ne ja er muss sich was einfallen das er ist hier oben er ist hier oben um die ecke kannst hochkommen ich bin etwas gestorben ich weiß auch nicht an was naja vielleicht an der bombe die da unten lag wie wärst du damit die ist ja nicht explodiert doch doch die hat ganz laut gepiept weißt du so piep 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 weiß ich nicht war wahrscheinlich dann weg und als cc du musst die bombe auch vorher armen wenn du sie legst da hab ich nicht gecheckt ich dachte ging nicht mal weil wir haben ja auf die draufgeschossen ja also teigern ich denk so hä warum hockt denn der da so ja komisch irgendwie hab ich mitgekriegt piep piep die hütze laut des ding deswegen bin ich ihm gestorben ja irgendwie komisch ich wusste halt nicht dass es da einen zweiten ausgang gibt wusste ich auch nicht acc wie er wie gesagt hier aus hig ist es weißt du so schießt mich vorher schon halbtot weißt du ach nee zu immer hinter mir her rennst was soll denn das ist stellvertreter halt ne ja genau oh ok geschossen oh sorry 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 ne machen platt hast du platt gemacht nicht mehr trefft mit den scheiß ding ey woah friendship oh mein gott der war daz pexer schießt gar nicht neiiin ne driven schossen und war es nein ja Ja, und dieser Poker hat halt am Anfang auch geschossen. Ah, das war's. Das geht aber schnell. Danke fürs Zuschauen, wir schauen mal schnell auf die Punkteverteilung. Wieder mal MrSick mit 42 Punkten. Me mit 35. Dann ACC Akut mit 27. Gami 15. Poker mit 8. Und Fexer mit 5 sogar. Und Poker mit minus 8. Richtig nice. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.